Star-Ensemble oder eingeschworene Einheit? Eingeschworene Einheit. Fleiß oder Talent? Fleiß. Welthandballer oder Weltmeister? Weltmeister. Vanille oder Schokolade? Schokolade. Okay, meine Lieblingsfrage. Magdeburg, Kiel oder die Löwen? Ja, in der Reihenfolge. Nett! Oder ein geschränkter Star oder Teamplayer? Teamplayer. In Erinnerung schwelgen oder nach vorne schauen? Nach vorne schauen. Das war die Schnellfragerunde mit Henning Fritz und was es damit auf sich hat. Und diese Antworten quasi nochmal ein bisschen ausführlicher gibt es in der neuen Folge von Ein Team, ein Podcast, Folge 5 mit Henning Fritz.